so hallo leute ich wollte mal ein video drehen wie passiert nicht also hier passiert letztlich vieles ich wollte nur einen dank ja ich wollte einen dank ausgrüßen und dieser dank der geht an bestimmte leute in den kommentaren hat ja einer geschrieben ich weiß jetzt nicht mehr wie der heißt ich gucke gleich nach im video guckst du jetzt noch nach gleich hat einer geschrieben du kleiner zehnjährige penner der geschrieben du kleiner zehnjährige penner ich verstehe nicht warum meine zehnjährige penner warum schreibst du das jetzt mal ganz ehrlich eine frage mal warum schreibst du das in ein zu einem anfänger wieso jetzt mal ganz beantwortet mal weil ich verstehe nicht wieso sagt es zu einem anfänger tut mir leid ich habe nicht die beste kamera tut mir leid ich habe nicht die besten aufnahmen tut mir leid ich habe nicht die beste katze schnitt tut mir leid wow ich bin ein anfänger dann hol mir doch demnächst eine kamera mit der ich dann besser drehen kann und die besser grafik grafik haben kann auf jeden fall es gibt aber auch wieder diese leute die geschrieben haben ja chill mal ähm guck mal der weiß ist der arme chill mal er hat mir geschrieben ding yo 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 chill mal mit dein yo auf jeden fall ich werde jetzt sagen am wenig einen dank schicke ich gucke gleich mal ich gucke gleich noch mal in die kommentare wer das noch mal geschrieben hat ich werde dann die namen äußern jetzt also gleich ein moment so 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 mal sehen was da geschrieben wurde wird geladen tut mir leid das dauert ganz kurz ich habe geschrieben ich habe geschrieben es wäre cool wenn ihr einen daumen nach oben geben würde danach hat nannte finde ich sehr guten anstab was du später in den kommentaren geschrieben hast das werde ich gleich sagen erstmal sage ich jetzt schon mal ein dann ein dank an nannte k was hat sie geschrieben dieses kommentar habe ich gesehen ich bin auch also erstmal danke nannte ich bin also nannte k hat geschrieben tut mir leid ich wiederhole mich oft ich bin auch anfänger und ich kenne und ich kenne dich also mach mal als k-videos wer ist es ich bin auch anfänger und ich kenne dich also mach mal bitte als k-videos wer bist du nannte warte ich setze mich mal kurz auf nannte dieses kommentar habe ich nicht gesehen ich habe andere ich habe andere kommentare gesehen aber dieses habe ich nicht gesehen also ich lüge jetzt nicht guckt könnt ihr sogar sehen dass man es jetzt sieht da steht erstmal es wäre cool wenn ihr einen daumen nach oben geben würde habe ich geschrieben da steht ich bin auch ich bin auch anfänger und ich kenne dich also mach mal als k-videos zumal jetzt weiß ich mal was das k-videos aber ich glaube wer ist das war vor zwei stunden auf jeden fall war mal kurz und da steht noch ok ever der erzählt dass dass er zu seiner tante in wiesbaden also also ist schon langweilig und wenn dann soll er let's plays machen so das hat geschrieben rita abo rita abo ich glaube du hast sogar danach noch einen guten kommentar geschrieben ich glaube ich werde ich auch einen dank machen auf jeden fall ok ja ja tut mir leid ich wollte das eigentlich in youtube stellen ich habe das video aus versehen gelöscht ich konnte kein video in wiesbaden mehr machen weil da war einfach zu viel los tut mir leid und ich verstehe dich ganz ich verstehe vollkommen rita aber ja ich verstehe dich auf jeden fall vollkommen das ist die sache und ja nannte hat dann geschrieben nannte k hat geschrieben ja man aber ich will wissen wer nannte k ist rita alter wie hobbylos machen wir richtige videos rita aber ganz ehrlich es tut mir leid dass ich gerade nicht die besten videos mache aber ich meine ja ihr sollt mal bitte in den kommentaren schreiben was für videos ich machen sollte ich verstehe es nicht ich habe einfach mal ein prank ich habe einfach mal jetzt ein prank gemacht weil ich weiß was für videos ich machen soll dann hat noch jemand geschrieben also nannte k hat geschrieben übertreib mal nicht rita und deswegen habe ich geschrieben nannte k ist immer so jemand der der kann mal was rauslassen aber der macht sich zu hart du bist auch anfänger habe ich habe hast du ja geschrieben einen kommentar ich finde es sehr nett dass du das schreibst über treib mal nicht rita und so ich finde das wirklich sehr nett und ja ich werde mal an deinem kanal vorbeischauen und werde gucken ob ich dir einen daumen hoch mache ich glaube ich mache den daumen hoch weil allein deinen kommentaren stehen schon sachen die machen mich schon froh auf jeden fall aber da sind so wieder wieder solche leute die schreiben zum beispiel player win player player win spielt tut mir leid pure dummheit alter ganz ehrlich ich sag mal nichts so in meinem anderen video mal sehen was ihr da geschrieben habt da hat irgendjemand noch was geschrieben so da hat so ein jassen elmer saudi geschrieben was ein lauch hat player und spielt geschrieben dumm so hat sich geschrieben ich war ganz ehrlich dumm gär dumm nimmst du mich dumm gär ich glaube die hat nicht gesehen was ich an habe ich gehe mal schön ans licht player und spielt spielmann den kopf tut mir leid hier neu es geben basium gymnasium vielleicht kannst du das hier schreiben vielleicht aber auch nicht ganz ehrlich man leute die leute facken mich ab ist einfach ein und dieser jassen elmer saudi sag ich jetzt schon mal der hat das extra geschrieben hat gesagt ich mache das damit leute dann reagieren und du mehr kommentare bekommst du mehr leute bekommst auf jeden fall ja ok danke jassen ich war mit dem heute morgen nicht heute morgen auf jeden fall im anderen video hat habt ihr geschrieben gibt es auch ein teil 2 wie da wo ja ich habe die geantwortet ritter und vor so einer halben stunde glaube ich habe ich geantwortet und habe gedacht ja es tut mir leid dass ich es an alle ich habe aus ersehen beide teile als genannt es tut mir echt leid ich habe ich habe aus versehen beide teil 1 genannt würde mich trotzdem über einen daumen hoch freuen danke dass du keine dumme kommentare schreibst ja ist so und jetzt kommt der der mich wirklich der mich wirklich so zum correspondent raus dass und sowie als er setzte schrieben bio 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 Blackology misschien sie11 till jodd eich fgeld jomann 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 damals Join就是 ein fünfter im jova mit dem j parliament ja ich weiß ja und sich gleich selbstbremsk fix auch oft die jento可以 Jo Jo Digga Jo ich sag das zu oft, tut mir leid Ähm ich geh jetzt mal zurück Mal sehen was ihr noch so geschrieben habt Wartet getötet Äh Point Teil 1 Point Teil 1, tut mir leid Ähm da habt ihr geschrieben So dumm, da hat Playerin Spiele geschrieben ich mein´s ernst, Playerin Spiele hat geschrieben So dumm, alter Dislike Du 10-jähriger Penner Ganz ehrlich, du bist eine Weißt du was Playerin Spiele Schreib aber nicht mal in meinen Kommentaren Wenn du mich nicht gut findest, dann guck du meine Videos nicht Warum guckst du meine Videos, wenn du sie scheiße findest So dumm, gell So dumm bin ich, gell So dumm bist du Wenn's dir nicht gefällt, dann guck meine Videos nicht Äh LPGA Äh Ich weiß nicht wie der heißt LPGA LPGamer XD Trim Abou Der arme Chill Bruder Ganz ehrlich Ganz ehrlich Ich guck gleich, ob du einen Kanal hast LP LPGamer XD Ich guck, ob du einen Kanal hast Und ich werde Ich werde Guck mal, ob du einen Kanal hast Ich werde dann Daumen hoch auf jeden Fall machen Und werde dich auf jeden Fall abonnieren Auf jeden Fall Auf jeden Fall Auf jeden Fall Deswegen Nur Hör auf Hör auf So einen Scheiß Hör einfach auf Wenn du meine Videos nicht magst Dann guck sie einfach nicht Aber LPGamer Ich sieg, durch werd ich mir merken Schreib's mir glaube ich jetzt aber auf Wenn egal Das kann ich mir doch merken Ich guck meine Videos doch selbst wohl Ähm So, also heute geht ein Dank an LPGamer An Nanta K Und Mal sehen, wer noch An Nanta K LPGamer Aber Nanta K Ich guck auf jeden Fall deine Videos Aber sag mir mal bitte, wer du bist Ich werde es wahrscheinlich in deinen Videos sehen Und an Rita Abou Also Ein paar kommt darüber normal Ein paar waren ein bisschen zu hart Ähm Aber trotzdem freut mich Rita Abou Dass du meine Videos guckst Und nicht so ein Scheiß wie Im Player ein Spiel schreibst Also geht ein Dank An dich auch Rita Abou Nanta K Und an LPGamer XD Danke und Bis zum nächsten Mal Wooh Wooh Es ist ein Mixed Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal